Was ist denn das letzte aus dem Lab? Nein, ich möchte da wieder zurück. Aufstieg zum Gipfel. Kämpfe dich mit Leona oder Diana im Bereich des... Einzwerch... hm? Einzwerch... Gefühlt von Targon... ok... Geh mal das mal Leona. Fähigkeit, wer? Was ist was... Hm... Den Schwächsten. Oh yeah. Versuchen wir noch mal das hier. Ah, ich muss gegen vorgefährdete. Ich verstehe. Wie lange geht der Gegner? Na dann. Ah, ich hab einen 1er, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ein kleiner Dialeg, überlog. Wir kennen das wahre Licht. Bestraft vergehen. Lolo! Wo ist sie hin? Da. Da kann ich nichts machen, Ding. Der hält das nur einmalig, kurzzeitig. Ah, ich verstehe. Verdammt. Oh, okay. Was bist du? Interessant. Mein Freund und ich sind toll auf Kraft. Du bist auf Kraft. Mein Freund, ich hoffe ich habe die Fehler in Deutsch. Okay. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Wow, ist nicht schön. Und was mit dem los war? Wird der noch den? Zwei Eiser. Obwohl eigentlich ist der nervig. Weiß auch. Die Sonne geht auf. Die Solari werden den Himmel mit ihrem Licht ein. Ein Schussweil gegen die Dunkelheit. Enthüllt die Herrlichkeit der Sonne. So stark. Denkt daran, dass ihr euch leise verhalten müsst. Okay. Diese Jurylen sind nicht in vier da. Und dann den. Den. Das ist mir egal. Hallihallöchen. So. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Okay. Und das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich kann doch nicht spielen. Ja, ein Verbündeten. Dann kann der so ein Dreier auf jeden Fall verloren. Meine Güte, das ist ja nervig. Ich habe gerade eine sehr nervige Fähigkeit bekommen. Ich habe jetzt ein Gewehre, mein Verbündeten. Dann muss ich mal auch noch. Kehre bald mit Geschichten deiner Reise zurück. Wir sehen uns wieder, nachdem ich den Gipfel erreiche. Oh. 6-5? Das ist bitter. Ja. Okay. Du lehnst mein Geschenk ab. Und äh... 2-1. Jetzt muss ich wohl nehmen. Was? 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 Oh, da wird es stärker, wenn er überlebt. Hala, verdoppelt, wenn er stärker. Ui, 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 ui. Während dieser Runde plus vier... Ja, versuchen wir mal das hier. Dann möchte ich den gehen. Was passiert, wenn man Picks mit dem Bändelwald kräubt? Das Ding! Los, Picks! Los, Picks! Ja, okay. Das hat Lila geschmeckt. So, vier an dem und ein an dem. Wir sehen. Sehr gut. Aber so muss das sein. Und los! Noch langsam! Wollt ihr beide erwischt werden? Ja, der hat einen schnellen Schlag. Du kannst zwar da hin. Äh... Du gehst da drauf. Und das Rest kann ich nicht fluchen. Das wird langsam schmerzhaft. Mein Glaube beschützt mich. Enthüllt die Herrlichkeit der Sonne! Ich bin wohl soweit. Bis bald! Auf geht's, Großer! Regine, ihr spät! Weiß halt nicht, ob ich noch ein weiteres Champion entdeckt habe. Ich hab mir leider... Ausfordern, 2, 1... Hm. Ja. Das bringt mir halt alles nichts. Bei dem Grund. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so entschlossen. Dann vertraue auf deine Instinkte. Du bist da mit dem Verbündeten. Keine Zeit für Pausen! Du machst mal den nicht stärker. Äh... Du... Nein. Nein. Warte. Halt. Balsch. Bist da rein. 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 Bist da eine Leona. Ja, die ein Champions Secretary announce heute eben ein... Das kommt ja mal, wo was passiert. Leider will ich auch mal. Magst du Magie? Du bist komisch. Ich bin für den Magie. Ich bin für den Magie. Hab ich nicht. Ah, hab ich ja nicht. Ja, aber der hat ja erst so eine Aufgabe. Nicht so kehrig, sonst kein Gassi mehr. Wo hast du den denn her? Die Sonne passt zu. Kann ich nicht. Von dem Deckel. Gehüllt in helles Sonnenlicht. Erblicke das heilige Licht der Sonne. Ich habe ihn nicht total. Na, Moment. Das ist ok. Was ist das? Was ist das? Was ist das?